Die Siedler 5 Wir kümmern uns darum Pilgrim, bleib bitte hier Naja, okay So, wir gucken mal Ob wir jetzt vielleicht Von hier an die Leute rankommen Nein, wir kommen nicht ganz dran Nein, du bist mal nicht Ja 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 Ja, von mir aus Also ich denke mal Du willst uns eh nur sagen Dass hier unten welche stehen Oder dass Carla da sich irgendwo rumtreibt Aber ist mir egal Wir haben das Geld Danke für eure Großzügigkeit Hier ist die Information Ja, schön Bevor ihr überhaupt in die Nähe von Carla kommt Müsst ihr ihre Verteidigung durchbrechen Alter, da sind ja echt mördermäßig viele Truppen Seid vorsichtig Es wimmelt nur so von diesen unheimlichen Kriegern Hm, das stimmt Allerdings Alter, wie viele sind denn das noch? Ich glaube, die produzieren je alle zwei Minuten neue Gefühlt Ergreift sie Na gut Wir werden jetzt hier runter gehen Ja Und dann sammeln wir unsere Truppen Und dann werden wir hier durchmarschieren Ja Au Wir hatten offensichtlich doch nicht genügend Thaler Schade Na gut Dann halt nicht Ähm Ja Das ist natürlich sehr Äußerst unschön Was machen wir denn? Hackt mal Leben Alter Das sind ja mördermäßig viele Truppen Gut Wir werden versuchen sie auszuschalten Das wird ein Schwieriges Unterfangen Ein sehr schwieriges Unternehmen Na, da fühle ich mich nicht wohl bei der Sache Aber wir müssen es jetzt riskieren Wir wollen das jetzt riskieren So soll es sein Und ich will mal sehen Wie kommen wir denn da überhaupt hin? Das ist ja ein ewig weiter Weg, oder? Das ist ja Pff Höh? Ach so Wir kommen von hier da gar nicht ran Hm Okay Von hier ist das so ein ewig weiter Weg Hier durch die Berge Dann führt der hier unten lang Ah Ah ja Okay Okay Ich weiß wo es lang geht Ich weiß wo es lang geht Wir müssen hier oben durch Das ist natürlich Äh Nicht so das Was man sich so vorstellt Aber naja So Freundchen Dich werden wir jetzt erstmal ausschalten Du wirst jetzt gleich verschwinden Freundchen Na Du wirst nicht lang überleben hier Wir haben dich gleich Freundchen Wir haben dich gleich Wir haben dich gleich Ist er jetzt tot? So Anscheinend Ja gut Dann müssen wir offensichtlich noch ein Stückchen laufen Der Leibang steht hier noch rum Alter Wie viele Leute sind denn das hier? Boah Heftig Na gut Aber wir haben dann zumindest ein bisschen Äh Mehr Chancen Auf uns zu hetzen Ne Nicht auf uns Also sie so ein bisschen Abzulenken Na Wir müssen sie einzeln aggro machen sozusagen Einzeln ziehen Na Müssen wir mal gucken So ein bisschen pullen Na ja Ist natürlich schwierig Aber ist machbar So Hier unten stehen bestimmt wieder neue Nebelkrieger Ich ahne es schon Ich ahne es schon Wie ihr befehlt Ja herr Oder etwa nicht Oder etwa nicht Jawohl Anscheinend nicht Na umso besser Das finde ich dann natürlich ein bisschen schöner Gut dann werden wir jetzt hier hoch zu Ari Wie ihr befehlt Nein Da sind doch welche Wo sind sie? Ach da drüben sind sie Na gut Lauf zu Ari Wir werden das schon hinkriegen Wir laufen einfach weg vor denen Die können machen was sie wollen Und Yuki Wird jetzt auch hier hoch wandern Wir werden uns jetzt hier alle versammeln Und dann werden wir da reinlaufen Und dann werden wir sie zerstören Die Witzfiguren So Das können wir jetzt auch noch schnell hinkriegen Ah ne Naja Ich glaube ich baue mal einen Handelsplatz Einen Handelsplatz Ähm Du baust einen Handelsplatz Einen Handelsplatz Wo ist denn hier ein Lager? Ein Lager So Ihr beiden hakt Steine Das könnt ihr sehr gerne machen Und ihr werdet jetzt alle Alle mitmachen Alle Du auch So Ja Nein Ach Na dann Dann halt nicht So Arbeitet schneller Macht schneller Ach da kommen schon wieder welche Einen eurer Arbeit Natürlich Natürlich greifen sie den Leib eigenem an Ihr könnt mich mal Ihr könnt mich mal Los Greift da drüben an Die sind wichtiger Scheiße Die werden den Turm zerstören Scheiße Ah ne Das schaffen sie nicht mehr Das schaffen sie nicht mehr Das schaffen sie nicht mehr Das schaffen sie niemals mehr Verdammt Aber gern Das müssen sie doch Kommt Leute Ihr schafft das Oh nein Ja Ja So Ach komm bitte Bitte Du schaffst es noch Du schaffst es noch So Der ist noch Ein Schuss Noch Ein Schuss Noch Komm Ein Schuss Noch Ein Schuss Noch Ein Schuss Noch Ihr wollt mich doch verarschen Asozial Verarschungswürdigen Drecks Dinger So was mieses Müssen wir uns da wieder Was neues einfallen lassen Na toll Herrlich Gut gemacht Ich glaube ich werde mir hier einfach Ein Trupp hinbauen So zur Sicherheit Die dann sozusagen Mitwirken kann Ja Die können dann hier jederzeit mitarbeiten So und wir sind hier oben angekommen Gleich sind alle angekommen Das ist schön Sind alle da Sind alle da Ja Das sieht so aus Als ob alle da wären 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sieht so aus Gut 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 Dann wollen wir jetzt hier einmarschieren Ja mein Herr Ja mein Herr Das kann ich Euch Ach natürlich Ich reichen die Taler wieder nicht Euch halte ich erstmal hier zurück Wir brauchen jetzt nämlich Hier standen Hütten glaube ich Und diese Hütten müssen wir jetzt erstmal weghauen Wieso Ich hab doch gesagt Die sollt ihr hochkommen Die haben sich wieder hier selber irgendwie angepasst Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Das sind natürlich nicht sehr viele Trupps Die ich hier habe Ich glaub das sind 10 Trupps oder so So Gucken wir mal Wir kümmern uns darum Jungens Äh Und Mädels Jungens und Mädels Wir brauchen eure Hilfe Oder ich brauche eure Hilfe Und ihr müsst jetzt Ihr müsst das schaffen Los Hier wird sicher treffen Hier wird sicher treffen Oh Yuki Hat hier schon mal losgelegt Holt das letzte aus euch raus Genau Und Elias Bitteschön Und Pilgrim Leg hier mal eine Mine hin Und dann noch eine Kanone irgendwo Und dann können wir hier uns weiter durch Durch Äh Durchspielen So geht mal hier auf die hier Los Weiter geht's Weiter geht's So soll es sein Für Ruhm und Ehre Die sollt ihr weghauen Der ist auch gleich eh tot hier Genau mit dem letzten Schuss So Und hier standen doch Wir waren noch Wohnhäuser oder? Waren hier keine Wohnhäuser Oh oh Ein Steinbruch Wir kümmern uns darum Wo müssen wir lang Ruhm rum oder unten rum Ich glaub wir müssen hier unten rum Euer Wunsch Wir müssen hier rum So Ari und Yuki sind auch wieder da Und jetzt kommen unsere Schwertkämpfer hinterher Die könnten wir jetzt gut gebrauchen Bestimmt So wir haben zumindest ein Stückchen schon mal geschafft Ähm Und jetzt müssen wir hier weit Ach es geht da doch durch Und wir müssen da auch durch ne Tam 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 Hier ist der Weg Der geht hier Ja wir müssen hier lang Wir müssen da oben rum Wir müssen tatsächlich hier oben Ja das ist ja was Das ist ja was Okay Dann probieren wir das Halt 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 Ihr müsst natürlich nach vorne Ihr Helden Ihr Helden So alle nach vorne von den Helden Damit die nämlich Unsere Truppen Weghauen Äh ne Ach quatsch Was erzähl ich eigentlich schon wieder Damit die Gegner platt machen Wie ihr befehlt Oh und Dario wittert auch schon wieder Gefahr 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 Da Da drüben Da drüben ist die Gefahr Ja mein Herr Leert sie das fürchten Los Lauft rüber und vernichtet sie alt Das kann ich Wie ihr befehlt So Sie kommen Sie kommen So Sammelt euch Geht einfach auf irgendwen drauf Betrachtet die Sache als erledigt Wo wollt ihr hin Wo wollt ihr hin So Macht sie einfach platt Alle 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 Und ihr zieht euch zurück ein bisschen Bitteschön Ich weiß nicht was das soll Jetzt müssen wir die hier platt machen Los Haut sie weg Die sind wichtiger So Okay Was Pilgrim ist am Ende seiner Kräfte Oh Jetzt müssen wir die hier weghauen Haut sie weg Die da oben sind schon weg Jetzt müssen wir die hier unten erwischen Los Ihr müsst doch nur schießen Also schießt auch Gut Das haben sie geschafft Jetzt müssen wir nur noch die hier drüben entsorgen Wo sind unsere Schwertkämpfer Die sind dabei auf jeden Fall Oh Oh Hier Jetzt müssen wir die hier erwischen Ach du Schande Was geht denn jetzt ab Was geht denn jetzt ab Was geht denn da ab Los Haut sie alle weg Oh Gott Ne Da kommen jetzt aber Fleißig Leute anmarschiert So Leute Wir erwischen euch Wir kriegen euch Wir werden erst Wir werden alle fleißig Einen nach dem anderen ausschalten So Dann sind das hier die nächsten Macht sie nieder Alter 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 Was geht denn da ab Die wollen uns doch verarschen Bis in den Toren Was ist denn da los Ist doch egal Das ist doch Wurst jetzt Alter Ich krieg ein Rappel So ihr müsst hier runterlaufen Ihr werdet angegriffen Ja Schön Jetzt könnt ihr zeigen Was ihr gelernt habt So Drake Drake muss ein bisschen in Sicherheit gehen Wir brauchen Drake Wo ist Pilgrim Los Mine 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 Lauf hier ein Stückchen runter Lauf hier ein Stückchen runter Und jetzt Mine Mine Bereit Mine Bereit So lauf da rein Und ihr Bitte weitermachen So Pilgrim hat es Geschafft Hat Pilgrim es geschafft Kampfunfähig Auf dem Schlag Liegt doch einfach mal Eine Mine hin Irgendwo Ja genau da zum Beispiel So weiter geht's Jungs Ah sehr gut Die Mine hat reingauen Die Mine hat reingauen Das ist richtig so So wir werden noch ein bisschen weiter Hier reinlaufen Unsere Schwertkämpfer Sind leider gleich am Ende Aber wir kriegen das noch hin So Die hier noch weg Und dann So Den Trupp hier Oder den Trupp erstmal Peng Und jetzt schießt einfach Schießt einfach Schießt auf alle Schießt auf alle Bäm Bäm Alter Das ist ja Wahnsinn So Jetzt Die hier Die nächsten Trupp Oh sehr gut Pilgrim und Dario sind wieder aufgewacht Das heißt die werden jetzt als erstes angegriffen So Auf die nächsten Wir werden einen nach dem anderen Von diesen Scheiß Trupps Fertigmachen Einen nach dem anderen So Ja Freunde Wir haben euch fast dezimiert Jetzt sind wir schon sehr gut vorangekommen Und die nächsten sind da Alter Das ist ja echt Das ist ja Wahnsinn Was hier abgeht So Jungs Na was wollt ihr Euch werden wir jetzt auch mal rucki zucki ausschalten Weil ihr werft gerade so schön Das finde ich unschön Ihr werft so schön Das finde ich unschön Ja das macht ihr sehr gut Erstmal auf die drauf Wunderbar Wunderbar Ach so will ich das sehen Aber das ist ja echt Das ist ja Wahnsinn Ein riesiges Ach halt Hier steht noch eine Ah gut Nicht mehr lange Was Oh Jetzt kommt Carla Jetzt kommt Carla Wo ist sie Wo ist sie Wo ist sie Angriff Lasst es giftige Pfeile regnen Ne Sie kommt Jetzt wird es ernst mein Herr Und hier steht da noch Ich hoffe doch sehr Dass ihr euch gut vorbereitet habt Ich bin mega gut vorbereitet Reitet euch auf die Entscheidungsschlacht vor Denkt daran Dass nur eure Scharfschützen der bösen Hexe etwas anhaben können Was Echt Na gut Wir haben nur noch Scharfschützen Vernichtet alle Feinde Okay Einer eurer Helden Schemenas Alter Was geht denn da ab Macht sie nieder Was geht denn da ab What the hell Giftalarm Nur Mut Wir werden sie Ah Giftalarm da hinten Naja meinetwegen Ergreift sie So da drüben Die wollen Drake gerade abhauen Ja sie haben Drake Totgehauen Halt da drüben sind auch noch welche Die müssen wir auch noch Weil die werfen nämlich auch gerade auf uns Das ist hier gerade unschön Nur Mut So Leute Wir werden Wir werden Oh da war gerade Carla Verdammt wieder eine mehr Ein paar mehr Tod Nur Mut So Los haut sie alle weg Lass uns Carla Lass uns Lass ab Carla Lass ab Los wir müssen die hier erstmal weghauen Wir müssen die alle weghauen hier Los haut sie alle weg Alle Tötet sie alle Schnell tötet sie Ruck zuck Bevor Auch Carla kannst mal aufhören Da rum Irgendwelchen Quatsch rum zu erzählen Los die hier erstmal Erstmal diese Schwertkämpfer Oder diese Nahkämpfer hier zumindest Ja das geht aber Das geht Wir kriegen das hin Das kriegen wir hin Wir kriegen das auf die Reihe Wir schaffen das Leute wir schaffen das Los wir schaffen das Haut sie weg Wir werden das hinkriegen Das sind nicht mehr viele Feinde Und wenn die weg sind Müssen wir nur noch Carla um Nur noch Carla um Töten danach Ah verdammt Ari ist auch gestorben Bumm So Ihr werdet sterben Leute Ihr werdet alle sterben So Und gleich werden wir Carla ausschalten Bumm Oh scheiße Dieser kack Giftangriff Ey der macht so einen ganz schönen Schaden So Komm Können wir Carla umbringen Noch nicht Verdammt Wir müssen echt erst alle umhauen So kommt Die noch Und dann können wir Carla verbunden Denke ich mal Ich schätze wenn wir die hier vernichtet haben Können wir Carla umhauen So Und jetzt aber Jetzt aber Immer noch nicht Dabei sind das doch schon unsere Scharfschützen Wir müssen hier weiter Wir müssen weiter hier Los Alle Wohnstätten zerstören Los Werteilt euch Ihr werdet angegriffen Nur Mord Los Auf die Wohnstätte Wir haben nicht mehr viele Scharfschützen Aber wir können es noch schaffen Ah Carla du nervst Ah diese alte Hexe Diese alte Hexe Wo ist sie überhaupt Wo ist sie Da ist sie Hier läuft sie rum Carla die alte Hexe So Pilgrim ist auf jeden Fall schon wieder da Wir werden noch Carla wohl mal langsam töten Ah jetzt ist sie fast tot Jetzt ist sie fast tot Ah Jetzt haben wir es gleich geschafft Jetzt haben wir es gleich geschafft Das war es Die Königin des Nebelfolkes war besiegt Die überlebenden Nebelkrieger in den Wäldern waren keine Gefahr mehr Ja Nach all den Strapazen genossen Dario und seine Freunde Die Annehmlichkeiten der Zivilisation Ein warmes Feuer Gebratenes Fleisch Und einen guten Schluck Bier Herrlich Herrlich Ein Trinksbruch Ein Trinksbruch auf unseren Freund Eric Möge es ihm an nichts fehlen Wo immer er jetzt auch sein mag Und auf Dario Du hast dich als König ganz gut geschlagen Geschlagen Und auf die Freundschaft Auf die Freundschaft Yuki Wo du herkommst Sind da alle Frauen so schön? Gebt dir keine Mühe Pilgrim Yuki steht auf geheimnisvolle Typen wie mich Haha Freunde wie euch gibt es nicht nochmal auf dieser Welt Auf euch Und dass wir das Böse aus diesen Ländereien endgültig vertrieben haben Yay Wir haben das Spiel gewonnen Und ein Böken Ein Endfeuerwerk Bekommen Ach wie schön Es war knapp Das wird euch gar nicht schmecken Du bist schon tot Carla Hör auf irgendwelche Sprüche zu klopfen Oh Mann Vor allem als da dann nochmal so viel Da haben wir echt gedacht Jetzt ist es außer Aber es hat gelangt Da bin ich echt Mehr als froh Wir haben heftig Truppen verloren Aber das ist auch kein Wunder Leben haben wir wieder sehr viel gehabt Eisen Joa Naja Taler Joa Naja Steine Recht viele am Ende Schwefel ging dann plötzlich auch hoch Und Holz 19 Städte Gebäude 2 Verlorene 1224 Feinde erledigt Hier Aber leider am Ende Das sind ja schon Tja 800 oder so Ach du Kacke Heftig Und da haben wir natürlich auch die meisten Einheiten verloren Ist ja klar Tja Mensch Somit ist auch das Nebelreich vorbei Somit sind wir auch im Nebelreich Ja Zu Ende Und ich weiß nicht Was soll jetzt noch kommen Das Nebelreich Was ist das in der Kampagnenmenü Das Nebelreich Ah ja Ja Leute Ich hoffe es hat euch soweit gefallen Das war auch das Nebelreich Jetzt Wir sind durch Das Ende der Mission Der Kampagne Wir haben Carla vernichtet In einem Furiosen Finale Und Ähm Ja Am Entweder schon am nächsten Also Am nächsten Montag Ich weiß gar nicht jetzt Wenn das kommt Ähm Ich glaube das ist ein Montag Jetzt wenn die Folge kommt Das heißt Vielleicht kommt am Mittwoch Schon das nächste Projekt Wenn nicht Kommt es auf jeden Fall Dann Nächste Woche Montag Äh Ich hoffe mal Dass es euch gefällt Ich weiß nicht Wie schön ihr es findet Aber Vielleicht gefällt es euch ja Und Legenden Wie gesagt Werde ich noch gucken Wann ich das reinschiebe Beziehungsweise Wann ich das überhaupt angehe Ähm Wird auf jeden Fall kommen Also Macht euch keine Sorgen Ich werde die Legenden Auf jeden Fall spielen Und ich gucke mal Wann diese kommen Mal schauen Ich werde euch auf jeden Fall Darüber in Kenntnis setzen Und ähm Hoffentlich warten wir nicht Allzu lange Ich guck mal Vielleicht mach ich das ja auch Wieder irgendwie als Mittendrin Projekt So die ganze Woche durch Ich bin gespannt Mal sehen Macht's gut Leute Ich hoffe es hat euch gefallen Wir werden erstmal Mal wieder aus den Siedlerlanden verschwinden Trinken wir auf Erik Und auf Pilgrim Und auf die süße Yuki Und auf Ari Und auf Dario Den König natürlich Und auch auf Salim Mit seinen schönen Fallen Und Pilgrim Und sein Kampfzwerg Und wen habe ich vergessen Drake natürlich Und seinen Scharfschützen Ja Macht's gut Ciao Siedlerlanden verschwinden Bis zum nächsten Mal Feel it burning Feel it burning Feel it burning Feel it burning Hustle and hiding Although afraid Of galaxy turning Startups remain I can feel it burning Feel it burning Feel it burning I can feel it burning Feel it burning Feel it burning Feel it burning I can 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 feel it burning Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020